So ihr Lieben, heute ein bisschen Stabilität, wie mehr Rumpf. Ganz einfach nur, ich hoffe, ihr seht es, ich kann mich auch mal irgendwie hervorheben, meine Kamera läuft um mich rum, ihr geht quasi in den Sit-Up, Füße liegen auf, legt euch hier, also ihr legt die Arme ein bisschen ab, dann kommt ihr irgendwann wieder mit den Schultern hoch, das Schultern deutlich abheben, auch euer Schulterblatt, und dann versucht ihr, mit der Hand jeweils, eurem Fuß zu erreichen, geht wieder zurück, die Anfänger können sich dann ablegen, hochkommen und andere Seite, die Post halten ihr einfach kurz und gehen dann hier rum. Und ihr versucht den Hintern zu fixieren, also da bleibt er wirklich nur, dass er hier mit dem Oberkörper in die Richtung rotiert. Okay, bis nichts mehr geht quasi. Dann wechselt ihr in die Planke, die Kenntor, ja, und dann geht ihr hier hoch, und runter. Hoch, und runter. Hoch, und runter. So 10 bis 20 Mal. Dann kurz durchatmen und wieder die Bauchatmung, die Bauchübung mit der Rotation nehmen. Okay, also ich denke mal 10 Durchgänge sind auf jeden Fall drin, die Einsteiger können ja mal mit 5 haben. Dann kann das Neurochreib, der wollen wahrscheinlich ein kleines bisschen noch rausgekommen. Bis gleich, sportfrei.